Ja, ich arbeite hier als Steuerfachangestellte im Bereich Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung und das Aufgabengebiet ist sehr umfangreich, aber auch sehr interessant. Es macht wirklich Spaß, weil man auch häufig was Neues zu sehen bekommt und Jahresabschlüsse bereite ich ebenfalls vor für die Mandanten, wo ich auch die Buchführung für bearbeite. Ja, einmal sind die Kollegen sehr nett, wir verstehen uns als Team wirklich gut. Wenn der eine oder andere Hilfe braucht, ist immer ein Ansprechpartner da und auch unsere Chefs sind wirklich als Ansprechpartner für uns immer da. Man hat auch nie das Gefühl, wenn man mal was nicht weiß oder nicht zurechtkommt, dass das blöd ankommt. Also ganz im Gegenteil, sie möchten auch, dass wir was fragen, wenn wir was nicht so gut verstanden haben oder vielleicht auch Probleme haben. Also ich habe schon Chefs gesehen, die, wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch was nicht weiß direkt, doch ruppig reagieren. Das kenne ich hier aus dem Büro wirklich gar nicht. Und was die Kinder angeht, sind beide auch sehr flexibel. Gerade jetzt auch durch die Pandemie konnte ich das ja testen mit Homeoffice oder wenn mein Kind krank ist oder irgendwas ist, dass ich sage, ich muss jetzt mal schnell verschwinden oder ich brauche einen Tag frei oder ich bin jetzt für zwei, drei Tage im Homeoffice. Das ist nie ein Problem gewesen. Ganz im Gegenteil, es wurde immer gesagt, Familie, gerade die Kinder gehen vor. Und das wird hier nicht nur gesagt, das ist tatsächlich so. Also wir sind wirklich ein geschlossenes Team. Wir helfen uns gegenseitig. Also wir haben hier selten schlechte Stimmung. Eigentlich gar nicht, würde ich fast sagen. Auch wenn es mal ein bisschen hektischer wird. Jeder ist eigentlich immer gleichbleibend freundlich. Wir verstehen uns alle gut untereinander. Man wechselt auch hier und da mal ein privates Wort miteinander. Das klappt sehr gut. Wenn eine neue Kollegin oder Kollege zu uns kommt, da muss der einfach auch empathisch sein, freundlich, hoffentlich meistens gut gelaunt und auch fleißig, sage ich mal, weil wir haben wirklich viel zu tun. Und dann ist das schon schön, wenn man einen Kollegen hat, wo man weiß, wenn ich mal was habe, der kümmert sich mit drum oder kümmert sich generell um seine Sachen und muss einfach ins Team passen. Also ich habe ja noch nie wirklich einen Kollegen gehabt, der wirklich schlecht gelaunt war und das dann aber auch, ich sage mal, richtig hat zeigen wollen, das kenne ich hier gar nicht. Und deswegen ist die Stimmung meistens gut bei uns. Ich bin seit 25 Jahren Steuerfachangestellte, habe schon das ein oder andere Steuerbüro von innen gesehen und fühle mich hier tatsächlich am wohlsten.